Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit mir dem Shard Dogs. Okay, alles klar, dann machen wir mal weiter mit Leveln mit Dungeons, äh durch Dungeons, ja genau. So, wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Level 35, so. Soweit alles gut, okay wir haben uns zwar jetzt nicht direkt hier beim Briefkasten ausgelockt, sondern hier vorne. Aber ich musste da eben was rüber schicken, so. Dann wollen wir doch mal weitermachen, ne? Äh, zufälliger Dungeon Classic, ja. Das ist ja halt unser Standard. Warte mal, wohin können wir denn jetzt eigentlich reinkommen? Äh, wahrscheinlich wieder in die Foulsporenhöhle. Schätze ich mal ganz stark, dass wir hier immer nochmal reinkommen. Oder? Die türkische Grotte, warte mal, was ist das hier? Ja, hier waren wir auf jeden Fall, das ist glaube ich hier die erste Abteilung oder die zweite. Ne, das ist die erste. Okay. Dann ist ja alles gut. Warum auch immer alles gut ist. So, hier habe ich jetzt eigentlich mehr dieses Anti-Aliasing nochmal angemacht. Aber Leute, irgendwie ist das Anti-Aliasing von WoW nicht mehr das, was es einmal war. Das einzige, was gemacht wird, ist irgendwie, es wird hier einfach nur geblurrt. Irgendwie richtig Kantenglättung wird hier glaube ich nicht fabriziert, kann das sein. Und ich kann einfach nur die Schrift jetzt ein bisschen schlechter lesen. Eigentlich nur das. Und ich glaube, das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Das ist nicht so schön. Naja, aber... Eigentlich will ich auch gar nicht so unbedingt meine Schrift hier so lesen. Nur... Ja, weiß ich nicht. Mein Nuss ist halt auf jeden Fall unschärfer geworden. Egal, wir verbleiben erstmal so und gucken uns das an. Wie das danach in der Videodatei aussieht. Und ob das dann beschissener aussieht oder besser oder keine Ahnung. Gucken wir uns dann einfach mal an. So. Wenn ich die Namen, sag ich mal, lesen will von den Leuten hier oder ihr, dann könnt ihr euch ja ein bisschen weiter hier links orientieren. Ich glaube, hier kann man es auf jeden Fall besser lesen. Das ist ein bisschen schärfer. So. Die mache ich aber auf jeden Fall hier auch platt, die Mobs. So, guck mal, was haben wir denn da jetzt eigentlich mittlerweile? Wir sind schon... Oh, wir haben schon 78%. Oh, das läuft doch ziemlich gut. So, ich hoffe, die hauen gleich aber nach diesen anderen Bosse hinten gleich nicht einfach ab. Das wäre ja extremst beschissen für mich. Weil sonst müsste ich gegen den alleine kämpfen. Gegen diesen Celebras. Aber ich denke mal, die hauen nicht ab. So wie die Leute von vorhin oder von letztem Mal. Sind die auch nicht abgehauen. Da, wo ich eigentlich persönlich sehr irritiert war, dass man diesen anderen Typen auch killen musste. Die hatten irgendwie diese, äh, diesen Dungeon, sag ich mal, um einen Boss verlängert. Das hat mich halt irgendwie übelst verwirrt. So. Verrückernde Hell, würde ich sagen, mein Freund. So, der ist tot. So. 84%. Und guck mal, was wir hier haben. Einen Gegner. Den habe ich gesehen, weil wir schon Level 5 und Dings sind. Äh, 35. Ja. Und wenn ich gucke, dass wir mit Level 35... Ja, ich bin auch in der letzten, äh, in der letzten Aufnahme ziemlich oft drauf eingegangen, dass wir 5400 HP haben. Ähm. Ja, dann frage ich mich, ob man nicht schon mit Level 60 irgendwie 10k HP hat. Dann frage ich mich aber, ob die die Stats verändert haben bei BC auf jeden Fall. Also, bis jetzt kann ich sagen, okay, die Stats, naja, die sind vom DPS her auf jeden Fall lower. Aber ich glaube so, so direkt von den Stats, ich glaube, ja, gar nicht so viel unterschiedlich momentan. Und, äh, ich frage mich, wie das bei BC ist. Wie die Stats da sind. Ich glaube, die fangen an, sich einfach mal ab einem bestimmten Level kaum mehr zu verändern. Ich schätze mal, ab Level 60 verändern sie sich bis 80 halt echt kaum. Aber das werden wir auch erstmal sehen. Also, ich weiß es nicht. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wie das so sein wird. So. Schon wieder dieses komische Schwert, was da letztes Mal getroppt ist. So. Wieso dieses Beute-Verteilungsfenster? Wieso haut das eigentlich nicht automatisch ab? Haut das jetzt automatisch ab? Ja oder nein? Also, ich sehe, dass es jetzt immer noch da ist. So, aber ich glaube, das kann ich auf jeden Fall im Interface ändern. So, Moment mal. Im, äh, Interface. Äh, Beute-Verteilungsfenster automatisch öffnen. Nein. Bitte, lass es einfach zu. Hey, yo, den habe ich gar nicht gesehen. Komm mal her, mein Freund. So. Wir sind auf Streife. Wir sind auf Streife. Und hier ist irgendwo ein Unsichtbarer. Weiß noch nicht wo. Irgendwo hier war auch einer. Könnte ich ja fast mit wetten, dass hier einer war. Naja, whatever. Ach, finde ich das schön, dass hier überall Dämonen, Untote und sonst was rumrennen in den Instanzen. Kann die immer irgendwie als Parler irgendwie alles stunnen und keine Ahnung was mit dem machen. Und hey, mir ist aufgefallen, wir müssten eigentlich bald mal irgendwie so eine Zweienwaffe endlich mal bekommen, weil ich auch eigentlich mal euch den Vergelter zeigen möchte. Wie das abgeht. So, mir ist mir das eigentlich gerade aufgefallen. Wir sind ja eigentlich gerade immer noch in diesem Siegel der Einsicht, da wo wir uns heilen. Für Punches, nicht da wo die Tadel da versprühen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach das mit den Tadeln nochmal an. So. Komm mal her, mein Bäumchen. Dann komm du auch mal her. Und dann gibt es ein paar aus Maul. So, dann stunne ich den. Äh, ups, jetzt stun. Whee, dann pullen wir die. Dann mache ich Weihe. Und dann mache ich diesen komischen Dings da, Heiliger Zorn. Ach ja. Das ist einfach nur mega gechillt als Parler Tank. Also ich finde das einfach so ultra mega angenehm. Steinstoffgürtel. Oh, I don't care. Ey, warte mal. Dispellt da etwa einer? Boah, wie nett ist das denn? Moment mal, was ist das einer für ein... Das ist ein 30er Schurke. Und der hat 2800 Leben. Not bad at all. Und damit meine ich aber... Eigentlich doch etwas wenig, ne? Für so ein Level 30er. Also ich bin Level 36er und habe 5590 HP jetzt. Und das war ja vorher auf jeden Fall krasser. Also, ne, was soll das heißen? Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich als Tank nur so viel verdammt viel HP hat, ne? Aber anscheinend als Krieger hier auch so 4400. Ja, okay. Als Tank hat man scheinbar ziemlich viel schon mal. Das steht schon mal fest. Ja, guck mal, wobei der hat hier 1992, ey. Das ist ein Hexmeister. Krass. Die haben aber verglichen zu meinem HP noch echt wenig. So, Dungeon abgeschlossen. Aber das war es noch nicht ganz. So. Ich schreibe es erstmal, bevor jetzt irgendwelche Leute abhauen. Aber die waren jetzt schon so... Volkswillig, sag ich mal. Die wollten mir jetzt schon mal folgen. Warte mal. Oko, mal respektvoll, ne? Bald bin ich da auf jeden Fall ehrfürchtig. Da kann ich mir gleich auf jeden Fall nach diesem Dungeon auch erstmal einen neuen Wappenrock holen, damit ich auch andere Sachen hochpushen kann. Aber Ogrema ist am wichtigsten. Aber nur, damit ich nicht so viel Gold später bezahlen muss für das epische Fliegen. Es kostet mich dann 750 Gold weniger insgesamt. Ja, oder 500. Wie auch immer. Ich glaube, es kostet jetzt dann... Irgendwie kostet es 4000 oder 4250. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Guck mal, die sind doch voll aggro, die Teile. Ja. Yes. Komm her, mein Freund. So, das ist ein Elementar. Den kann ich jetzt nicht einfach so damit sagen. Und... Ey, was soll das? Was lockst du mich einfach rum? Was ist denn falsch mit dir? So, aber ich finde es echt schade, dass wir nicht mal in Kral reingekommen sind. Also ich meine, es steht immer noch gelb aus, aber... Ich habe die Hoffnung dafür schon ausgegeben, dass wir jemals nochmal in Kral reinkommen. Mittlerweile ist es auch egal. Und... Ja. Kommt schon, Leute. Kommt schon, Leute. Boom. Boom. Bada-bang. So, wir mussten da hinten links runter springen, ne? Da war der Boss auf jeden Fall. Ich glaube, das konnte ich mir noch so mal merken. Haha. Echt scheiße, wenn ich es mir nicht gemerkt hätte eigentlich. Warte mal. Warte mal. Ich kann sogar noch buffen, oder? Hatte mich schon vorher gebufft. Kann schon sein. Weil, boom. So, das war es schon. Hier runter bitte, Leute. Äh, ja, wir müssen hier runter. So. Gucken wir mal, ob wir den pullen. Na, ich lupke mal schon. Ja, okay. So, mehr, mein Freund. Aber gut ist, dass wir zurechtweisen haben. Übrigens den Kick. Den habe ich mir jetzt da unten einfach mal bereitgelegt. So, warte mal. Knallen die uns wieder ab, oder lassen die uns in Ruhe? Das kommt ganz darauf an. Ja, die lassen uns sogar auch in Ruhe, oder? Aber ob das alle tun? Oh Gott. Die sind 37. Die schießen auf jeden Fall die Logis an, oder? Krass. Oh. Oh. Verdammt. Ich habe das voll vercheckt, dass der da schon steht. Und ich versuche da irgendwie außen rumzulaufen. Oh, fail. Oh, man. Was ist da nun los mit mir, ey? Ich sehe denen auch nicht so 37. Boah, alter, krass. Nicht schlecht, ne? Na ja, okay. Wenn es der Boss ist. Ey, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Was ist denn das? Was war das denn? Boah, alter, habt ihr das gesehen? Es gab 17k XP nochmal. Das stand gerade... Oh, okay. Da steht 12.000. Aber ich glaube, wegen unserem Account gebundenen Equip haben wir auf jeden Fall 17k bekommen. Wo kommen die denn eigentlich her? Was soll das? Geht sterben. So. Leute, das war's. Ich hau ab. Ich möchte nicht gerne nochmal mit euch eine Instance machen. Aber auch nur wegen eurem Level. Ansonsten fand ich euch ganz gechillt. Ähm, ich will nur in eine höhere Instance mal rein. So. Kann natürlich gut sein, dass ich da jetzt wieder reingeschossen werde. So, warte mal. Wo komme ich denn jetzt wahrscheinlich hin? Faulspornhülle oder Fälle des Irdinnen? Naja, whatever. Gucken wir mal. Wo ist das? Ja, Mann. Wir sind im Fälle des Irdinnen Gesangs. Das ist doch super. Also, ich finde es super. Also, dieses Mauradon mag ich, glaube ich, am meisten. Oder am zweitmeisten. Syrgische Grotte versus das hier. Ja, ich bin mir nicht sicher. Tötet Prinzessin Terra. Das. Erdrutsch besiegt. Ja, das müssen wir auch machen. So. Beziehungs, Faulschnapper. Den lassen wir uns auch mal töten nachher. Ja, den lassen wir uns auch mal nachher machen. Der war eigentlich immer nur optional auf jeden Fall. Und den hat man... Ja, der ist auch hier noch optional, meine ich. Aber, ähm... Den hat man ziemlich oft einfach nicht gemacht. Einfach nur, weil man ein bisschen zu faul war, zu denen hinzugehen. Alter. What the fuck? So, hier rennen überall diese komischen Hydras rum. Ah, die können wir einfach mal ignorieren. So, was sind die denn alles für Level 36, 36, 36? Okay, alle in unserer Gruppe sind Level 36. Nicht schlecht. Nur, äh... Habe ich jetzt Angst um mein Leben gleich. Also, ich nehme euch wohl die Agro gerne ab. Na, aber ich erwarte dafür, dass ich aber auch nicht sterbe. Okay? Ey, ihr kleinen Scheißerchen. Was soll das? Wir müssen mich angreifen. Mich. 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 Kommt her. Da ist die Hydra. Ich will nicht gegen die kämpfen. Jawohl. Gut. Weiter geht's. So, hier voll die Chillermusik mal wieder. Yes. Eigentlich könnte ich mal Dings am machen. Äh, Dauerschleife von WoW. Also, äh, Dauerschleife von WoW hat sich auch scheiße. Na, System, Sound. Und dann, äh, Musikschleife ist schon drin. Okay. Wie läuft also die ganze Zeit Musik? Ja, stimmt eigentlich. Hatte ich schon automatisch aktiviert gehabt. Ja, gut. So haben wir jetzt nicht immer nur langweilige Sound Effects. Da haben wir sogar sogar Sound Tracks dazu. Ja, ist das nicht spannend? Oh, ja. Ihr fändet es bestimmt sogar noch spannender, wenn der Sound lauter wäre, oder? Aber es gibt ja, wie gesagt, diesen einen Punkt, wo Sound Tracks, sag ich mal, also nicht Sound Tracks, sondern der Sound allgemein echt anstrengend zu ertragen wird. Und ich finde, das ist eigentlich so ein, fast so ein perfekter Pegel dafür, sag ich mal, wo es nicht nervt, aber wo man trotzdem etwas hört und was einen immer noch, sag ich mal, auf Trab hält. Ja, wenn man das so ausdrücken kann. Alter, da sind noch Gegner. Da sind noch Gegner. Aber egal. Die sind jetzt tot. Das sind tot der Gegners. So, das ist nicht Erdrutsch. Das ist aber trotzdem ein großer, großer Steingolem. Komm her, du Riese. Warte mal, wie viel XP geben die uns wohl, die dicken Dinger? Guck mal, die haben 8000 HP und geben... 600 XP. Okay. Noch knapp 600 XP geben die uns. Könnte wohl mehr sein, ja? Ich würde wohl mehr nehmen. Naja, verricken aber ziemlich schnell. Und was? Ich dachte, der Schattenpriest macht kein Damage mehr, aber die sind ja eigentlich gerade ziemlich gut dabei. Zumindest der. Warte mal, das ist jetzt Daniela. Auch mit J geschrieben, Daniela. Und, äh, ja. Die macht mit Sühne Damage. Okay, ist in Ordnung. Macht auch eigentlich viel. Aber wow. Der Schattenpriest geht ja wirklich ab. Ich wollte ja unbedingt auch mal wieder Schattenpriest zocken. Das, äh, ja. Ich habe eigentlich zumindest BC Schattenpriest gezockt. Also, eigentlich Classic habe ich Schattenpriest gezockt. Dann BC und BOTLK. Und bei Cataclysm bin ich irgendwie nicht damit gut klargekommen. Obwohl Shadowpriest in der Zeit sogar ein bisschen OP war. Und in MOP da, oh mein Gott. Das ging überhaupt nicht. Das war eigentlich Katastrophe. Und, äh, ja.